Was macht eigentlich der Zeit der Omi-Token? Außerdem schauen wir uns alle bevorstehenden Drops an, was Comics und auch Collectibles angeht. Das und noch sehr viel mehr, jetzt in diesem Video. Ja, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Video von mir. Es gab jetzt ungefähr eine Woche lang überhaupt nichts hier auf dem Channel. Das sagt einfach daran, dass ich einfach ehrlich gesagt keine Zeit hatte und es auch nicht wirklich etwas gab, worüber ich berichten konnte. Bis auf, dass der Omi-Token gefallen ist, gefallen ist, gefallen ist. Wir werden uns das später auch nochmal anschauen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns die aktuellen und auch wichtigsten Themen an. Fangen wir direkt an mit dem bevorstehenden Marvel-Comic-Drop von Deadpool kills the Marvel Universe, Hashtag 2. Und dieses Comic wird hier am 13. Juni um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Wir werden hier insgesamt, ja, wie immer natürlich 5 Cover bekommen mit exklusiven Rare- wie auch Ultra-Covern. Es ist ein relativ neues Comic aus dem Jahre 2012. Insgesamt wird es hier 3000 Editions geben und Listen-Preis von 7 Dollar. Dazu darf natürlich nicht fehlen auch hier die Go-Collect-Daten. Diese sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht für so ein neues Comic. Eine 9.8 hier mit 59 Grades gerade mal bei 260 Dollar. Ist aber wie gesagt nicht so schlecht dafür, dass es tatsächlich, ja, ein relativ neues Comic ist. Und jetzt auch mit dem bevorstehenden Deadpool-Film könnte das auf jeden Fall interessant werden. Kommen wir zum Stark-Token bzw. zum Omi-Token. Und hier wird es jetzt tatsächlich spannend, denn viele haben sich auch schon in Vergangenheit gefragt. Es gibt ja diesen Stark-Airdrop und das ist im Prinzip das Unternehmen, was auch hinter IMX so ein bisschen steht und die auch in einer gewissen Weise supportet und so ein gewisses Fundament bildet. Und die machen jetzt einen Airdrop von ihrer Foundation her. Und das Window hier, um euren Airdrop auch einzuholen, der schließt am 15. Juli um 0 Uhr. Und ich werde euch natürlich ganz kurz zeigen, wie ihr das Gesamt auch claimen könnt. Es ist wirklich ziemlich einfach gemacht, muss ich sagen. Also Props da auch ans Vibi-Team, wirklich sehr, sehr übersichtlich. Als allererstes haben wir hier diesen Medium-Artikel. Ich werde euch den unten nochmal zur Erklärung verlinken. Was eigentlich das Wichtigste ist und was ihr braucht, ist dieses Wallet zum Beispiel hier. Bravos, ich werde euch auch nochmal ganz explizit diesen Link hier unten reinpacken, dass ihr auf gar keinen Fall hier irgendwie das falsche Wallet euch als Extension holt. Das Ganze ist im Prinzip eine Browser-Erweiterung. Das heißt, ihr seht das dann hier oben unter euren Add-ons. Und könnt ihr, wie gesagt, für Chrome, Firefox, Brave oder auch Edge nutzen. Ich benutze jetzt an dieser Stelle hier gerade Firefox und das funktioniert alles wunderbar. Dann müsst ihr das natürlich downloaden und euch ein Wallet erstellen. Seed Phrase notieren, natürlich ganz wichtig. Und dann geht ihr sozusagen in eure Vibi-Web-App. Und ich habe das an dieser Stelle jetzt schon hier gemacht. Aber dann wird euch hier unter diesem Welcome to the new look of Vibi, wird euch dann hier ein weiteres Feld angezeigt. Das kann man eigentlich nicht übersehen. Ich habe es am Anfang gehabt, dass es mir nicht angezeigt wurde. Nach einmal aktualisierender Seite ist es dann doch gekommen. Es kann einen Moment brauchen, aber es sollte auf jeden Fall kommen. Es waren auch schon Bugs bekannt. Das heißt, falls ihr davon betroffen sein solltet, dann kann es sein, dass es vielleicht mal ein, zwei Tage braucht, bis ihr das Ganze dann claimen könnt. Auf jeden Fall müsst ihr dann einfach nur noch eure Receive-Adresse von dieser Wallet eingeben. Und dann wird euch das Gesamte zugesendet, sobald das Ganze hier geairdroppt wird. Der nächste Collector Talk steht außerdem vor der Tür, sondern schon heute um 20 Uhr deutscher Zeit. Schaltet auf jeden Fall sehr gerne ein, natürlich wieder mit Chris und auch Enrico. Und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bleiben wir vielleicht beim Omi-Token direkt und der Möglichkeit, hier auf einer neuen Exchange gelistet zu werden. Und zwar nämlich auf der HDX Global Exchange. Und diese ist tatsächlich auch gar nicht mal so unrelevant, wenn wir uns das Gesamte hier mal anschauen. Auf Platz 5 jedenfalls hier auf CoinGecko mit 10 von 10 bewertet und 17,5 Millionen monatliche Visiter, was auf jeden Fall definitiv nicht schlecht ist. Wir haben natürlich noch größere Player wie OKExp mit 24 Millionen, aber dennoch auf jeden Fall eine akzeptable Summe hier, die wir haben. Und worum geht es hier im Prinzip? Ihr könnt hier für Bibi bzw. Ecomi voten, dass sie gelistet werden. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst hier auf diesen Post gehen und hier im Prinzip Vote with Rockets machen. Das heißt, ich habe das jetzt hier so verstanden, dass man es in den Kommentaren posten muss. Ich hoffe, das ist so richtig. Auf jeden Fall, ich werde euch hier auch nochmal Learn More diesen Artikel verlinken und dann könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen. Aber so war jedenfalls mein Verständnis für diese Sache hier. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wäre natürlich schön, wenn wir hier eine weitere Exchange auch dazu bekommen würden beim Omi-Token. Denn wir kommen vielleicht auch ganz kurz direkt hier zum Preis, den wir uns auch natürlich mal anschauen. Dieser ist in den letzten sieben Tagen ganz schön abwärts gerattert. Und auch natürlich im letzten Monat ging es eigentlich nur bergab. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch nochmal auf dem Chart aktuell an. Und hier sieht man, glaube ich, auch schon so ein bisschen das Ausmaß. Wir sind hier wirklich deutlich unter dieses Tief gefallen. Das war auch zu erwarten, dass wir hier tatsächlich ein neues Tief bekommen. Aber meiner Meinung nach ist das Ganze doch etwas mehr ausgeartet als gedacht. Wir sind hier knapp 18% runter zum Tief, vom eigentlichen Tief. Und das ist tatsächlich schon erstmal beachtlich, ist in Ordnung an sich von der Stärke her. Aber ich persönlich, und das habe ich auch häufig kommuniziert, hätte ehrlich gesagt gerne so eine Reaktion wie hier gesehen. Das heißt eine massive Absorption und das natürlich in die andere Richtung. Also das heißt ein steigender Markt. Hätte ich hier nach dem Ausbauen des Tiefs gerne gesehen. Das ist jetzt schon die zweite Woche, die wir hier in diesem wirklich relativ tiefen Bereich in uns aufhalten. Und das macht mir persönlich auch ein bisschen aus charttechnischer Sicht Sorge. Man wird jetzt sehen in den nächsten zwei bis drei Wochen, ob er hier weiter unten rumduppeln wird oder nicht. Das wird so ein bisschen entscheiden, was auch meine Meinung dann weiterhin zum Omi-Token sein wird. Ob ich dann nochmal nachkaufe oder nicht. Aber für mich ist auschlaggebend hier unten momentan diese Zone. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey, ich kaufe gerade einfach nur nach. Oder dass das Ganze euch momentan eher Angst macht. Schreibt es mir sehr gerne unten mal in die Kommentare. Das würde mich persönlich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie das Stimmungsbild hier insgesamt ist. Sollten wir uns in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Wochen hier in diese Bereiche wieder bewegen mit einer ordentlichen Bewegung, wie wir es hier zum Beispiel auch gesehen haben in einer Woche, dann bin ich da auf jeden Fall ziemlich entspannt erst mal. Dann sieht das sehr, sehr gut aus charttechnisch. Aber dahin müssen wir erst mal kommen. Dann bin ich da definitiv deutlich entspannter wieder, was die ganze Chartstruktur auch angeht. Und das ist erst mal meine Prognose. Sollten wir hier weitere Lows sehen und hier zum Beispiel unter die 4,0 brechen oder noch weiter runter, dann könnte es tatsächlich und dann wird es auch wahrscheinlich ziemlich gefährlich, den Token hier überhaupt wieder hochzuholen in Level, wo man sagen kann, okay, da spielt die Liquidität mit, da ist genug Interesse da. Da muss man dann einfach schauen, wie man da weiter mit umgehen möchte, ob man verkaufen möchte. Ja, das ist natürlich einem selbst überlassen. Ich hatte hier meine letzten Order noch liegen, die wurden auch abgeholt. Ich habe aber seitdem auch nichts weiter hier in den Omi-Token investiert, da er mir doch tatsächlich etwas weiter abgerutscht ist, als ich eigentlich wollte beziehungsweise länger hier in sich auffällt, als ich mir eigentlich erhofft habe. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu kommunizieren mit euch, dass mir das persönlich auch charttechnisch momentan jedenfalls etwas Sorge bereitet, wie sich hier der Token entwickelt. Aber mal gucken, was in den nächsten Wochen hier noch passiert. Auch vielleicht Announcement-technisch wissen wir ja nicht hier, was noch eventuell ansteht, um den Token dann wieder hier in alte Höhen auf jeden Fall zu bringen. Kommen wir zum nächsten Thema und das geht nämlich hier über die London Police. Ihr könnt nämlich, wenn ihr zum Beispiel Grafikdesigner seid, hier ein Collectible gewinnen. Ich werde euch den ganzen Artikel beziehungsweise den ganzen Tweet auch nochmal unten reinpacken. Hier geht es im Prinzip darum, dass sie The Lad, also diese Nummern hier im Prinzip, dass man diese in 3D-Formate bringen kann und damit dann auch ein Digital Collectible bekommen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deadline ist der 6. Juli. Ich werde euch das, wie gesagt, nochmal unten in die Beschreibung packen. Falls ihr da Interesse habt, macht da auf jeden Fall gerne mit. Kommen wir noch zum nächsten Gary Baseman Collectible Drop. Und diesen haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr hier auf der App gesehen. Dementsprechend hier am 15. Juni um 17.00 Uhr Zeit wird er wieder da sein. Das würde Samstag sein mit einigen Collectibles am Start. Hier einmal die Rare, die wir besehen werden für einen Listenpreis von 22 Gems, eine Editionzahl von 1712 Stück und natürlich eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann hier eine Ultra Rare. Diese wird nur 500 Editions haben. Der Listenpreis bleibt natürlich gleich und es wird sich hier auch um eine First Appearance handeln. Als nächstes haben wir dann hier noch eine Secret Rare. Diese wird nur insgesamt 88 Editions haben, was wirklich verdammt wenig ist. Und insgesamt nur zwei Secret Rare werden hier zurückgehalten. Und das finde ich tatsächlich ist ein sehr, sehr guter Move, bei so einer Stückzahl zu sagen, okay, wir nehmen uns wirklich nur zwei von diesen 88. Finde ich sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr fair für Leute, die das auch wirklich haben wollen. Und dementsprechend bin ich da entgehend auf jeden Fall zufrieden, was die Aufteilung angeht. Ich werde den Drop trotzdem nicht mitnehmen, da es für mich einfach nicht interessant ist. Es ist nicht der Typ von Kunst, den ich persönlich sammle. Und was mir tatsächlich witzigerweise gerade auffällt, hier haben wir sogar das Vivi-Herz noch drauf. Also auch ganz cool gemacht, aber dennoch für mich nichts, was ich persönlich mitnehme. Und das waren jetzt auch die wichtigsten Themen für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like da, wenn ihr das hier auf jeden Fall vermisst habt mit den Videos. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und auch supporten. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag, guten Abend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.